so einen wunderschönen guten morgen herzlich willkommen zurück lieber tom herzlich willkommen zurück morgen auch von meiner seite herzlich willkommen zum aktien roundup in der aktuellen woche heute ohne dass denn das hat heute einen termin außerhalb des hauses das heißt tom wir beide dürfen heute mal den aktienort auch machen heute abend auch die investmentwerkstatt zu welchem thema zu ja das thema des tages ist ein bisschen ich gehe mal direkt hier ein ein weiter finanzdienstleistung ist heute so ein bisschen das thema mit dem wir uns beschäftigen wollen heute morgen werfen wir oder heute jetzt gerade werfen wir einen blick auf robin hood ein us-amerikanisches finanztechnologie unternehmen dass ich vor allem auf die provisionsfreie handelsplattform oder das für die provisionsfreie handelsgleichnamige provisionsnahme gleichnahme provisionsfreie handelsplattform bekannt ist kurz gesagt am ende ein neobroker die vorlage eigentlich für tradepublic hat hat die deutschen kunden einfach zu machen tatsächlich tatsächlich war robin hutter so ein bisschen der vorreiter der in den usa angefangen hat mit mit der strategie null provisions trades anzubieten für aktien am anfang war das natürlich viel die miem aktien wenn wir an 2020 21 22 zurückdenken an gamestop und amc ja und das unternehmen hat so ein bisschen geil gilt so ein bisschen als vorreiter ist dann am ende auch oder ist jetzt vor kurzem dann auch nach großbritannien expandiert das hauptgeschäft ist tatsächlich aber immer noch in den usa und ja hat so ein bisschen federführend angeführt dass quasi sich die unternehmen und auch die etablierten broker und handelsplattform ein beispiel daran genommen haben dass tatsächlich auch kostenlose nahezu kostenlose trades möglich sind man kennt das ja so ein bisschen aus dem aus dem bankengeschäft wenn man da trades macht dass die dann tatsächlich teilweise recht teuer genau jetzt immer im traders club müssen wenn wir jetzt über trades sprechen natürlich ein bisschen einordnen was damit eigentlich gemeint ist und das ganze kommt ja aus dem us amerikanischen markt da handelt man in der regel eher physisch oder eben mit optionen das heißt von trade redet dann meistens der kauf und verkauf von aktien ja oder eben von optionen an dem fall ich habe bei robin hood gibt es nicht ob die optionen geht aber zumindest haben wir alles dabei genau aber auf alle fälle reden die meisten dann der kauf und verkauf einer aktie und ich glaube das was allen so sofort wieder im kopf ist ist dieses game stop games auf und ab ja wo wirklich sehr viele auch kleine privatanleger den markt hat sich auch bewegt haben aber natürlich auch man verbindet diese revolution der kleinen anleger auch ein bisschen games obwohl das nun kein gutes beispiel war für nachhaltiges investment oder für eine gute strategie aber zumindest ja robin hood hat sozusagen dieses prinzip deutschland so eine typische typische order gebühr 4,95 oder auch mal sagen wir auch mal 10 euro für eine us-aktie da bist du schon gut dabei genau das gab es natürlich in den usa auch von vornherein gab es das immer schon auch ein bisschen günstiger weil die usa als anlegerland aber da hat robin hood ein stück dazu beigetragen das einfach noch weiter zu drücken und ja die ordergebühren nahe null zu treiben oder eben je nach modell wahrscheinlich sehr günstig zu machen genau und natürlich dann auch am ende auch gezeigt dass das profitabel funktionieren kann wovon natürlich die großen banken und großen finanzinstitute lange zeit nicht überzeugt waren oder lange zeit nicht überzeugt sein wollten weil natürlich hohe margen dabei erzielt werden konnten aber lass uns reingehen in den chart wir sehen wir fangen gleich mit einer nachricht an dies ja verrückt also börsengang im 20 21 perfekt das war ja damals das so ein bisschen dieses ipo fenster wo wirklich alles hochgetrieben wurde ja auch so ein bisschen zu der zeit der meme stock aktien wenn wir da so wenn wir jetzt den chart von gamestop oder amc drüber legen würden wird das wahrscheinlich sehr ähnlich aussehen wir sehen direkt am anfang eine ja eine kursexplosion kurz nach ipo hat sich die aktie auf fast 100 dollar verteuert und danach ging es tatsächlich ja wirklich steil bergab sind teilweise wenn wir das hier mal sehen teilweise unter dem bereich von 10 dollar ich meine wir sind da tatsächlich auf die 7 dollar runter gegangen was ja dann vom hoch über 80 ein abfall von über 90 prozent ist und muss aber auch sagen die aktie hat sich danach tatsächlich leicht berappelt wir sind dann aus den tiefs von 2022 eine relativ schöne performance gehabt die sich jetzt hier zuletzt auch deutlich wieder verbessert hat wenn wir jetzt noch mal ein weitergehen ist der tagesschart genau haben wir hier den hier den tagesschart und sehen die performance des ja des diesjährigen jahres und des vergangenen jahres das ein bisschen ran gesucht und sehen hier dass die aktie eigentlich relativ gut performt hat genau also wer zur ipo weil sie wer zum 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 listing der an der börse eingestiegen ist guckt noch ganz schön in die röhre ja letztlich wahrscheinlich auch ein bisschen getrieben von der euphorie rund um corona gab es sehr viele menschen auch private anleger die an der börse waren also sehr viel euphorie in dem titel gewesen zuletzt zumindest wenn man von den tiefs jetzt ausgeht hat der titel ganz gut performt wie kam es dazu kommen wir heute gleich so ja wir kommen wir kommen gleich dazu ich nehme es mal kurz vorweg das unternehmen hat die profitabilität erreicht natürlich damals zum ipo wurde das unternehmen natürlich oder das geschäft ordentlich frisiert so dass man ein zwei quartale tatsächlich positives ergebnis erzielt hatte danach ist man wieder ordentlich abgerauscht wie auch der kurs es gleich getan hat und jetzt zuletzt hat man wieder die profitabilität erreicht aber lass uns erst mal ein bisschen rauszummen schauen in was für einer industrie überhaupt unterwegs sind wir sind im markt der global stock trading and investing applications market das heißt der markt für handels und investment anwendung ein ja ein bereich der finanzdienstleistung die wir auch heute nachmittag und so ein bisschen genauer anschauen und wir sehen dass tatsächlich der der application das ist dann am ende der ja der der app markt für die handels und investitions anwendung tatsächlich relativ klein ist wenn wir heute nachmittag uns den finanzsektor generell oder die finanzdienstleistungssektor generell angucken wenn wir sehen dass das ein gigantischer markt ist der uns alle umgibt wir sehen hier tatsächlich aber dass wir einen relativ kleinen markt mit 34 milliarden us-dollar größe haben das ist hier dann auch der globale markt nicht nur der us-markt im jahr 22 jetzt haben wir in dieses jahr sehen wir hier schon eine phänomenale steigerung bis 32 wird eine steigerung von durchschnittlich 16 prozent im jahr erwartet so dass wir bei 32 auf oder im jahr 2032 auf 150 milliarden us-dollar ankommen werden so um und bei ungefähr aber ich glaube was was ganz deutlich wird dass wir hier auf jeden fall in einem relativ kleinen markt aktiv sind und entsprechend auch ein relativ starkes wachstum haben wir sind hier den markt natürlich geteilt einmal in die mobile version das heißt am ende wirklich tatsächlich die apps die man downloadet auf die mobilen endgeräte man kennt das ja von trade republic scalable und dann das us pendant ist dann robin hood auch mit der app sieht alles sehr ähnlich aus man hat sich da sehr inspirieren lassen auf der anderen seite gibt es natürlich die web based versions das heißt einfach die gleiche version so ein bisschen einfach als web version wo man sich dann mit seinem laptop computer einloggen kann und dann entsprechend auch die trades verführen kann genau man muss auch ganz klar sagen es gibt ein breites spektrum von einfachen apps wo man einfach eine aktie kauf verkauft bis hin zu und unsere club media wissen das auch wer schon ein bisschen sich mehr mit investment beschäftigt hat ja ganzen workstations die haben sie will sich von bloomberg anfangen aber alles davor was eben für den retail kunden also für uns normalen endverbraucher auch geeignet ist auch ein bisschen komplexer schon wird um optionen handeln kann analyse software hat ein stück weit auch kompliziertere plattform hat wo man mehr sachen auch research machen kann aber die apps und das hat so ein bisschen ja auch die revolution gebracht also auch hobin hutter die philosophie ist ja das möglichst einfach zu machen auch ja bei uns in deutschland trade the public die ja nicht börsen geht das geht darum dass man einfach eine aktie günstig handeln kann spielerisch ja auch ja spielerisch genau da ist so ein bisschen auch eine gefahr natürlich drin natürlich aber ganz grundsätzlich geht es halt um diese einfachheit so einfach zu machen das zu kaufen und das eben zu günstigen preisen da dieser markt der wächst eben lass uns weiter schauen ganz genau lass uns weitergehen so ein bisschen auf die grundlage des marktes woher kommt oder wie ist dieses starke wachstum möglich und da werfen wir mal ein blick auf den ja auf den globalen aktienmarkt 109 milliarden oder trillionen us dollar groß im jahr 2023 und ja das unternehmen robin hood hat sich dann natürlich den den größten und in anführungszeichen besten markt ausgesucht der us markt wirklich sehr dominant auf dem aktienmarkt was natürlich auch so ein bisschen mit dem rentensystem in den usa zusammenhängt mit den 401ks so dass wir da tatsächlich eine deutlich höhere beteiligung der ja am ende privatanleger an aktienunternehmen haben über einzelaktienprodukte einzelaktien oder tatsächlich fonds produkte wie etfs oder geführte fonds so dass man da natürlich in einem absoluten wachstumsmarkt aktiv ist und was tatsächlich auch ganz interessant ist was man wir hatten es eben gerade schon ein bisschen angesprochen so ein bisschen den hype rund um die ganzen meme stocks oder ja über aktien um aktien generell und die aktien rallye die wir auch gesehen haben so ein bisschen ausgelöst von der corona pandemie und der vielen zeit die tatsächlich auch am ende ja die privatanleger hatten und viel verfügbar und kapital was ja am ende zur verfügung war zeit und diese frage ja was mache ich überhaupt mit mir selbst mit meinem leben mit meinem altersvorsorge investieren ja genau das war glaube ich eine ganz interessante mischung die märkte waren unten viele haben chancen gesehen plötzlich wollten alle an die börse weil eben die märkte mal tief lag das ist einer der wenigen momente glaube ich gewesen wo so tiefere das hat man glaube ich auch noch mal analysiert wo die tiefen kurse auch bei den privatanlegern als chance wahrgenommen wurde und vielleicht noch ein kleiner insight dazu wäre eine pensionskasse wenn sie ein gewisses buch hat wonach sie handeln müssen nach 20 prozent 30 prozent minus auch verkaufen müssen können kleinanleger dann sagen okay jetzt wird es mir erst gerade spannend jetzt kaufe ich mal ja wir hatten ja durchaus abschwinge von 30 40 prozent da ging es halt dann los heißt die kleinanleger haben das genutzt um ja wirklich zu kaufen und war dann eben auch ein profiteur der ja dieser tiefen kurse die ja nach der nach 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 lange nach in gewisser zeit auch wieder zurückgelaufen sind das war so ein punkt das war das war die zeit die leute hatten plötzlich zeit haben sich auch die bisschen würde die sinnfrage gestellt ja dass sie zu hause auf jeden fall auch wie geht es weiter was mache ich eigentlich mein geld was mache ich noch in zehn jahren sein geld ja mache ich vielleicht mit meiner rente und das hat das waren so zumindest faktoren die dazu beigetragen haben und natürlich und natürlich diese möglichkeit mit apps und so weiter auch ganz genau handeln ganz genau dass dieses volumen einfach zugenommen hat und das jetzt eine grafik jetzt speziell diesen peak natürlich da zeigt wenn man das weiter schreiben würde wird es wahrscheinlich nicht hoch geblieben sein mehr menschen sind an den märkten in europa sind wir und auch in deutschland teilweise noch entwicklungsland was so dieses investment thema angeht auch die altersvorsorge am kapitalmarkt zu machen wir sind immer noch die immobilienbesitzer wir sind immer noch die ja die rente wird schon passen oder wir kaufen dann lieber so eine private renten vorsorge aber das thema wird immer präsent präsenter und das hat da auch ein bisschen so ein kickoff gehabt in der corona pandemie ja auf jeden fall man hat das ja auch gesehen dass man natürlich wenig andere güter hatte in die man ja am ende investieren konnte und die man konsumieren konnte wir hatten ja dann ja auch noch die weltweit konsumflaute genau weil wir nicht alles konsumieren konnten die lieferketten schwierigkeiten wenn wir uns da zurück erinnern aber lasst uns gerne weitergehen so ein bisschen schauen das ist tatsächlich ein trend der sich durch durch die gesellschaft durchgezogen hat wir sehen hier einmal die segmentierung der des des ja der us der us us bewohner würde ich mal nennen und da sehen wir tatsächlich der trend geht tatsächlich in jedem dieser bereich auf unterschiedlichen niveaus natürlich sieht man in jedem bereich hier diesen trend um 2002 zu 2020 dass wir hier auf rekordniveaus gestiegen sind und wir sehen das hier auf der grafik auch noch mal dass wir hier so ein bisschen um 2008 natürlich so ein bisschen die flaute hatten um die um die stock ownerships geht es hier also um die aktien um den aktienbesitz der haushalte in den usa sieht man hier so ein bisschen die flaute aber wir sehen trotzdem dass wir hier auf einem trotzdem sehr hohen niveau sind bei 50 prozent natürlich jetzt dann um 2020 deutlich noch mal angestiegen und jetzt auch zuletzt den peak den wir gesehen haben deutlich noch mal höher auf 62 prozent das heißt die leute sind hier in den markt erheblich eingestiegen und wie man jetzt hier natürlich auch schön sie sind dabei geblieben sind weiter investiert haben weiter investiert und nutzen einfach weiter diese chance am ja am kapitalmarkt und der weltwirtschaft zu partizipieren vielleicht noch eine eine einordnung für die linke grafik die linke grafik zeigt ja letztlich wie viel der haushalte oder familien haushalte letztlich überhaupt aktien haben also ein phänomen was man auch durch diese neobroker letztlich kennt von norbin huth und aber auch tv public ist dass die leute diesen ersten schritt gewagt haben ja dann vielleicht ein zwei aktien gekauft haben dann ist aber meistens nicht mehr so viel passiert das heißt wenn man sieht so von zehn prozent auf zum beispiel über 25 prozent bei den anderen also unter 35 jährigen familien also das ist jetzt nicht so dass das volumen dann auch entsprechend sich verdoppelt und verdreifacht hätte oder sowas aber dass überhaupt eine aktie im haushalt da ist dass leute zum ersten mal auch ein aktie gekauft haben dann mal versucht haben sozusagen sich mal reingewagt haben das hat durch diese apps auf alle fälle zugenommen das heißt noch nicht dass da jetzt die altersvorsorge schon strukturiert aufgebaut wird deswegen das heißt nicht dass da wirklich überall sparpläne sind und so weiter aber auch das thema etf sparplan wurde ja speziell auch bei tradepublic und scalable in deutschland sehr gut abgebildet und das das war für viele auch der einstieg dass man sich damit mehr beschäftigt ja und kann ich an dieser stelle vielleicht auch sagen auch für mich der richtige einstieg muss ich sagen ich habe vorher tatsächlich auch schon nicht mit dem aktienhandel beschäftigt damals noch über banken ja dementsprechend handelt man natürlich deutlich weniger und auch die sparpläne sind natürlich deutlich ja unausgiebiger und das war für mich auch so ein bisschen der start schluss lass uns weitergehen und so ein bisschen die die industrie mal so genauer angucken was für player gibt es hier wir haben hier auf der eins tatsächlich in den usa als die die führende handelsplattform robin hood das unternehmen was wir uns ja heute anschauen wir sind ja usern ausgedrückt jetzt genau in usern ausgedrückt ganz genau dankeschön wir haben aber tatsächlich auch die großen investment häuser dabei wir haben fidelity investment mit einer eigenen app mit einer eigenen handelsplattform wir haben auch neuere unternehmen neobroker kann man sie vielleicht tatsächlich dann e trade das ist ja bei uns e toro die tatsächlich ja auch so ein bisschen darauf auf dieses ja auf die privatanleger abzielen wir haben hier wieder große große häuser wie charles schwab mit dabei und auch merrill edge die natürlich auch relativ groß sind wir sehen tatsächlich robin hood in usa immer noch oder tatsächlich der der beliebteste oder der führende für die führende handelsplattform gemessen an den nutzern da fragt man sich natürlich so ein bisschen und das was ich mich auch so ein bisschen immer gefragt hatte bei trade republic und bei scalable wie vom verdienen am ende die unternehmen geld wie lässt sich aus diesen ein euro trades oder teilweise kostenlosen trades am ende geld verdienen da haben wir natürlich jetzt mit robin hood dank der börsennotierung ein sehr gutes beispiel an dem man sich so ein bisschen orientieren kann und da wird die zahlen auch mal bekannt womit das passiert also bei trade republic ist ja nicht bösen gelistet deutschland weiß man das gar nicht ganz vermuten und man weiß natürlich auch wo es herkommt aber der genaue aufschlüsselung die aufschlüsselung kriegt man natürlich nur auf einer bilanz raus genau aus dem jahresbericht und da hast du die zahlen gebracht bekannt bekannt und vor allem ja natürlich dann am ende auch geprüft wir haben am anfang oder den größten umsatzanteil sind tatsächlich die transaction based revenues das sind tatsächlich einnahmen die durch gebühren von von market makers erzielt werden auf der handelsplattform quasi durch die weiterleitung der kundenaufträge das heißt man führt die kundenaufträge nicht selber aus sondern leitet die weiter an market maker die das führt dann die dann für das zur verfügung gestellte volumen bezahlen man kennt das in deutschland so ein bisschen unter dem payment for order flow was so ein bisschen gerade auch auf der wiege steht wo ja besonders auch trade republic und scalable so ein bisschen ja im zugzwang sind da das ja in europa auf jeden fall oder mein letzter stand verboten werden sollte und man sieht hier natürlich dass das ein hauptsegment des unternehmens ist das heißt ja interessant was sich da auf dem europäischen markt in nächster zeit weiterentwickelt market maker leben ja davon dass sie ein gewisses volumen bereitstellen müssen ja deswegen dürfen sie market maker sind sie haben die bürden zugang und so weiter das heißt aber auch sie brauchen auf der gegenseite auch einen kunden der handeln möchte und ich schätze mal dafür gibt es dann trotzdem gibt es dann einfach auch geld genau dafür wird man dann wird man dann ja prozentual entlohnt aber spannend ist das auf der rechten seite auch genau die net interest revenues das sind tatsächlich dann am ende zinsen die man erzielt aus verschiedenen quellen wir haben da meistens auf die einlagen auf die auf die einlagen tatsächlich das wäre auch mein erster gedanke gewesen okay die einlagen die wir da ablegen da gibt es dann die zins differenz die man da bei der fed bekommt oder die robin hood bei der fed bekommt und nicht an die endquoten auszahlt die wird einbehalten tatsächlich zählen dazu aber auch zinsen auf margenkredite das heißt wenn man wirklich mit marge handeln möchte und dafür kredite aufnimmt da haben wir wie du schon gesagt dass das die zinsen auf kunden gut haben aber auch tatsächlich ein segment was jetzt so ein bisschen gewachsen ist was wir auch bei trading public zuletzt gesehen haben ist das geschäft mit kreditkarten und natürlich da haben wir auch das kreditkarten segment wo natürlich auch sehr hohe zinseinnahmen erzielt werden können zukünftig das rechte segment kann man sich vorstellen hängt natürlich sehr stark am leitzins oder an den zinsen ganz genau und da wissen wir dass das in den letzten paar jahren deutlich besser geworden ist das war eine zeit lang glaube ich sehr schwierig dann noch irgendwas zu gewinnen außer vielleicht auf den auf den margensalten sozusagen wo man noch zinsen nehmen konnte ja viele deutschland zum beispiel trading public gibt das ja auch einen großen teil auch weiter die einlagenzinsen aber letztlich gibt es immer die differenz zu dem einlagenzinssatz den dann die der broker bekommt und ich kann mir vorstellen dass dieses segment wenn das weiter so geht speziell auch vielleicht diese transaction based avenues ein bisschen schwieriger werden das vorrangig bleibt aber ist auch ein risiko weil ja das ist man ist dann sehr vom markt abhängig na klar auf jeden fall haben wir noch ganz unten die other revenues da bündelt das unternehmen quasi alle anderen einnahmen dies neben nebenbei wollte ich gerade schon sagen erzielt hauptsächlich sind das tatsächlich einnahmen aus den gold accounts das heißt die premium accounts mit dem man tatsächlich länger handeln kann öfter handeln kann und noch günstiger handeln kann wofür man dann ja abo gebühren tatsächlich zahlt verstehe lass uns reinschauen in den snapshot ich klappe den tatsächlich mal direkt ganz aus wir sehen das unternehmen hat eine größe von 17 milliarden us-dollar wurde gegründet 2013 hat sieben acht jahre knapp bis zum ipo gebraucht wir sehen mit der sitz ist tatsächlich oder die aktivitäten sind tatsächlich hauptsächlich in den usa man hat ein kleines geschäft in großbritannien was aber so ein bisschen vernachlässigbar ist hier sehen wir noch mal den den chart seit des ipos da ist man tatsächlich nicht so gut gelaufen selbst wenn man tatsächlich hier am ipo man sieht dass hier vielleicht ganz knapp eingestiegen ist hat man natürlich den kurssprung die verdoppelung hier mitgenommen ist aber dann wenn man oben verkauft hat natürlich herzlichen glückwunsch an diejenigen sonst ist man aber tatsächlich in ja eine lange misiere gefahren ist lange sehr tief negativ gewesen und jetzt hatten wir zuletzt hier so ein bisschen den den rebound würde ich es mal nennen den man jetzt auch hier unten erkennt mit der verdoppelung von knapp 10 us-dollar auf nun knapp 17 us-dollar wir sehen das hier noch mal in den hochs und tiefs des jahres auch dieses jahr eine relativ gute performance gebracht 54 prozent erzielt bereits was natürlich so ein bisschen an den sehr ich würde mal sehr guten quartalszahlen nennen liegt wir sehen einen umsatz von knapp 700 millionen us-dollar die aufschlüsselung schauen wir uns da noch mal ein bisschen genauer an aber haben wir ja gerade schon gesehen wir sehen eine gewinnmarge von knapp 30 prozent und wir sehen auch hier die den vergleich zum vorjahr die großmarge konnte phänomenal gesteigert werden um 15 prozent punkte und auch die profit marge wir sehen hier einen operativen hebel konnte um 23 prozent punkte gesteigert werden das heißt im vorjahr waren wir auch positiv deutlich weniger so dass natürlich diese zahlen auf so dass natürlich diese zahlen auf sehr sehr hoch aussehen sehr hoch aussehen was natürlich daran liegt dass wir ja sehr sehr niedrige basiswerte haben wir sehen aber gemacht haben letzten quartal aber unten bei der bewertung sieht es ein bisschen übel aus muss ich sagen ich würde ich ja übel übel aus kann man schon sagen ich habe es tatsächlich mal mit den orangenen pickern gespickt da wir tatsächlich doch zuletzt ein sehr gutes wachstum hatten wir sehen aber trotzdem eine sehr teure bewertung wir sehen ein kgv von 61 wir sehen kursumsatzverhältnis von 7 was natürlich auf diesem sehr niedrigen niveau doch dann auch sehr teuer ist wir sehen auch eine sehr hohe verschuldung die noch so ein bisschen aus dem aus dem börsengang resultiert die unternehmen werden ja dann so ein bisschen aufgeladen oder was heißt so ein bisschen werden ja dann häufig aufgeladen mit schulden und dann an die börse gebracht so dass auch die vor investoren quasi sich kapital aus dem unternehmen rausziehen können wir sehen aber trotzdem eine interest payment coverage ratio von 32 was sehr gesund ist und natürlich das umsatzwachstum jetzt über die letzten vier jahre die wir zur verfügung haben natürlich auch auf basiert natürlich auch sehr niedrigen basiswerten so dass wir hier ein wachstum von 51 prozent haben ich rutsche mal ein kleines stück zur seite und bei den bps wachstum das heißt die earnings per share wachstum haben wir eine positive richtung das heißt vor vier jahren waren wir tatsächlich negativ wenn wir jetzt zurückblicken auf die letzten vier quartale die wir hatten haben wir einen gewinn von 31 cent verzeichnet aber lass uns ein bisschen reinschauen die börse heißt zumindest ein dass sich das unternehmen weiter sehr gut entwickelt dass der turnaround von negativ über die quartal jetzt nach positiv fortsetzt sonst würde so eine hohe bewertung nicht zustande kommen man geht also davon aus dass unternehmen noch deutlich profitabler jetzt wird das wachstumskosten fortsetzt aber auch die gewinne deutlich steigert ein 60er kv ist ordentlich also wer bei sieben gekauft hat oder bei zehn der kann sich gut liegen lassen und der rest hängt jetzt sehr stark davon ab ob sich die prognosen diese turn around der immer weiter geht ins wachstum wieder rein ob der sich so fortsetzt dafür hast du jetzt ein paar mehr zahlen mitgebracht genau so ein bisschen ein blick auf die vergangenen geschäftsquartale wir sehen hier einmal in hellgrün immer das aktuelle quartal und so ein bisschen entschuldigung eine übersicht über ja die vergangenen ja vier vier fünf quartale sind wir jetzt hier wir sehen hier die die customers das heißt das kundenwachstum konstant geblieben wir sehen die gold subscribers das heißt die premium account nutzer sind auch haben auch ein wachstum gehabt wir sehen hier auch wieder ein eine beschleunigung des wachstums wir sehen die assets an der kasse die das heißt das verwaltete kundenvermögen ist ordentlich gestiegen wir sehen hier sogar eine überdurchschnittliche steigerung was natürlich auch so ein bisschen daran liegt dass natürlich auch die assets das heißt die produkte die die kunden kaufen über das letzte jahr natürlich eine performance verbracht haben oder erzielt haben und die ist hier natürlich mit eingerechnet wir sehen hier auch noch mal die deposits das heißt die net deposits das heißt die die zugänge nach den abzügen und hier sehen wir auch zuletzt wieder eine deutliche beschleunigung was natürlich auch so ein bisschen oder das unternehmen argumentiert ist so ein bisschen mit der guten performance der aktienmärkte das liegt natürlich hängt natürlich deutlich mehr geld rein weil sie in ihre accounts ganz genau der besitzen also die die genau die die zuläufe in die depots rein 13 milliarden und insgesamt 140 milliarden assets drin assets assets an der management ganz genau werfen wir noch mal nicht an der management aber diesen als einlage ein ein ganz genau als einlage der kunden sehen wir jetzt noch mal ein blick der geschäftsentwicklung das heißt der umsatzentwicklung der letzten jahr der letzten quartale wir sehen hier die drei geschäftsbereiche die wir eben kurz eben kurz erläutert haben wir sehen die transaction base revenues net interest revenues und die anderen revenues und hier ist so ein bisschen das was christoph angesprochen hat das wachstum oder dass das sehr gute wachstum was wir jetzt in den letzten quartalen gesehen haben kommt natürlich sehr stark aus diesen net net interest revenues die natürlich sehr stark wie du das ja eben schon erklärt hat ist an den an den leitzinsen hängen und natürlich so ein bisschen ja in frage stehen so ein bisschen in zukunft was passiert wenn da tatsächlich die zinsen gesenkt werden kann das unternehmen mit jeder zinksenkungen geht dort ein bisschen was weg das muss man sie wenn es würde es nicht von morgen kommen ich glaube wir kommen auch nicht sofort wieder auf null zinsen die zeiten sind erst mal so ein bisschen vorbei zumindest wenn wir jetzt mal den horizont den wir zu betrachten können sehen aber man sieht das wachstum wovon gibt man ja 74 dann im 23 208 zu 285 ist ein starkes wachstum während unten ganz unten sieht man das ist also sehr konstant geblieben zuletzt gab es dann schwung scheint irgendwie gab es eine preiserhöhung oder mehr volumen wer weiß aber das war lange zeit sehr konstant also von q2 22 bis q4 23 hat sich da eigentlich gar nichts getan und dann gab es einen sprung aber das andere war ist sehr beständig gewachsen mit den zinsen letztlich mit und den einlagen ganz genau lassen uns noch mal zum zum fast abschluss würde ich sagen einen blick auf tatsächlich die die geschäftsentwicklung also das income statement des letzten jahres werfen wir sehen hier die die umsätze konnten gesteigert werden wir sehen hier auch wieder aus welchen bereichen die umsätze gesteigert werden konnten wichtig noch warum kann wir jetzt 20 24 zeigen weil das geschäftsjahr hier im juni geendet ist haben also ein verschobenes geschäftsjahr richtig genau das ist das quartal das ist jetzt erst mal das okay das ist das quartal das geschäftsjahr also wir reden machen hier quartals vergleich 20 23 24 ganz genau sehen wir hier die umsatzsteigerung wir sehen auf der anderen seite die operativen einnahmen wie bisher gerade gesehen haben unterdurchschnittlich gewachsen so dass wir hier einen deutlichen operativen hebel haben auch die weiteren ausgaben die nicht operativen ausgaben konnten unterdurchschnittlich gesteigert werden so dass wir hier eine ja deutliche deutliche ausweitung der margen sehen wie wir sie auch vorher gesehen haben eine sache auf die ich tatsächlich auch noch mal eingehen wollte wir haben es ja eben gerade gesehen im snapshot dass die operative und die free cash flows so ein bisschen ja hinterher hängen dass wir da tatsächlich eine deutliche negative entwicklung gesehen haben jetzt im letzten quartal und das liegt vor allem besonders an den receivables from users das ist quasi dass das geld was man was die kunden dem unternehmen noch schulden aufgrund von ausgesetzten zinszahlungen oder weiteren margen produkten die nicht bezahlt werden und hier sehen wir ich will nicht sagen eine 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 schwierige entwicklung aber doch eine entwicklung die so ein bisschen besorgniserregend ist denn wir sehen hier die die schulden die quasi das unternehmen von den nutzern noch hat also die die verbindlichkeiten die das unternehmen noch zur verfügung hat sind deutlich gestiegen von 111 millionen auf 1,5 milliarden wo man natürlich so ein bisschen fragt okay das sind das sind dann am ende die margin calls die kredite die tatsächlich noch nicht bedient wurden von dem von den kunden was natürlich dann so ein bisschen die gesamte gefahr der kredit kreditsicherheit in frage stellt und natürlich zeigt das geld wird zwar verdient auf papier aber das cash fließt besonders auch aus diesen gründen tatsächlich nicht in das ist noch gebunden bei den kunden das ist noch gebunden bei den kunden und steht dem unternehmen noch nicht zur verfügung das ist auf jeden fall was was man sich jetzt die nächsten quartale noch mal anschauen muss besonders bei den hohen zinsen wenn man sich dann überlegt dass man auf die kredite ja deutlich mehr zinsen zahlt als wir bei den leitzinsen sehen im moment und die natürlich dann immer so ein bisschen ja ein risikofaktor sind das haben wir ja auch global und besonders in usa sehen wir das kreditrisiko sehr hoch aber lass uns schnell weitergehen noch mal ein punkt den du ja auch noch mal angesprochen hatte habe ich hier in einer grafik mitgebracht so ein bisschen ja die entwicklung der umsätze und jetzt haben wir mal den weiteren blick dabei und schauen uns mal die umsätze der letzten jahre an wir sehen hier 23 bis 19 19 kann man so ein bisschen ausnehmen denn der lounge war ja tatsächlich 21 in dem das unternehmen voll gefundet wurde und man tatsächlich mit marketing voll ausgestiegen ist und hier sehen wir das besonders die net interest revenues über die letzten jahre von 21 22 auf 23 ja sich jeweils immer mehr als verdoppelt haben und auf der anderen seite die transaction base revenues in den letzten jahren doch immer weiter zurückgegangen sind das heißt das letzte wachstum was wir jetzt im letzten geschäftsjahr gesehen haben von 22 auf 23 lag weitestgehend oder ausschließlich fast nur an den interest revenues die natürlich dann wieder mit den mit den verbindlichkeiten zusammenhängen was so ein bisschen ja eine gefährliche mischung ausmacht denn wenn man da tatsächlich abschreibungen vornehmen muss dann sieht man hier tatsächlich die umsätze in den interest revenues tatsächlich fallen wenn diese nicht mehr bedient werden können man muss aber tatsächlich aussagen das unternehmen ist sich diesem problem bewusst und hat klargemacht oder hat verdeutlicht dass sich die die unterschiedlichen segmente konträr bewegen das heißt wir haben hier auf der einen seite einmal die die equity volumes das heißt die volumes der eingezahlten der eingezahlten assets oder der eingezahlten mittel am ende und hier die federal reserve rate und hier sehen wir so ein bisschen den twist dass wir sehen okay sobald das eine steigt fällt das andere und wir sehen jetzt im moment so ein bisschen gerade wieder den den wechsel hin so dass das unternehmen in zukunft eher davon ausgeht so dass sie dass die transaction revenues wieder steigen wieder das ist der bahn der bahn alarm genau der wahnstreik um elf dann beeilen wir uns schnell lasst uns jetzt zu guter letzt einmal noch mal auf die pro und kontra liste werfen einen blick werfen wir sehen hier die starke markenbekanntheit des unternehmens robin hood in den usa auf jeden fall als disruptive kraft bekannt der finanzwelt wir hatten es eben einmal kurz angesprochen die gamification der finanzwelt wir hatten es ja auch mit trade republic und scalable gesehen die apps sind sehr benutzerfreundlich und zielen sehr darauf ab dass man sie sehr viel nutzt und sehr viel geld investiert in viele verschiedene produkte diese produkte bietet das unternehmen an wir haben von futures über optionen etfs kryptowährung alles dabei das heißt am ende soll robin hood die plattform seien über die anleger nur noch agieren auf der kontra seite haben wir die abhängigkeit von spekulativen produkten wir hatten das eben so ein bisschen schon erwähnt dass man sehr stark abhängig ist von den risikoreichen produkten wie option und kryptowährung da man da natürlich deutlich mehr geld verdienen kann auf der anderen seite natürlich auch deutlich mehr geld verlieren kann das macht das unternehmen sehr anfällig für marktschwankungen das haben wir jetzt auch in den letzten jahren gesehen und vor allem auch für regulatorische risiken da haben wir den punkt den wir jetzt gerade angesprochen hatten dass wir kein nachhaltiges wachstum am ende haben sondern dass viel halt tatsächlich über diese zinsdifferenz finanziert wird wo man sich natürlich so ein bisschen fragen kann mit den anstehenden zinssenkungen besonders auch in den usa wie lange dieses wachstum noch aufrechterhalten werden kann und wie lange tatsächlich das unternehmen weiter den umsatz so mit den zinseinnahmen steigern kann zuletzt haben wir den intensiven wettbewerb auf der finanzindustrie wir gucken uns das ja heute nachmittag noch mal ein bisschen an wir sehen dort viele neue unternehmen wie wir sie auch hier in deutschland und europa gesehen haben viele aber auch alt alt eingesessene unternehmen will ich es mal tatsächlich nennen wir haben das gesehen wir haben unternehmen wie fidelity dabei die tatsächlich gigantisch groß sind gigantisch große assets an der management haben die deutlich die von robin hood übertreffen die natürlich auch in dem markt sind und natürlich auch marktanteile übernehmen wollen am ende wenn wir noch mal auf die entwicklung dieser woche blicken wollen wir sehen uns nicht sehen uns nachher noch einmal wieder in der investmentwerkstatt um 16 45 zum sektor finanzdienstleistung da haben wir nächste woche am 17 wie gewohnt den market round up auch mit das sind wieder dabei und dann werfen wir nächste woche einen blick auf die aktie von fraport dem frankfurter flughafen und wollen uns ein bisschen anschauen ob das oder wollen uns anschauen ob das unternehmen vom comeback des flugverkehrs in den letzten jahren profitieren konnte ja vielen dank tom das wochenprogramm sieht gut aus wir betreffen uns heute nachmittag wieder ich freue mich nächste woche mal was ganz anderes fraport ich gebe zurück zu carlos jetzt und euch wie gesagt weiter einen sehr guten handelstag bis dann bis dann tschüss bis dann